Was mir sehr gut gefallen hat ist, man hat die Themen, die bearbeitet werden, wirklich intensiv geübt. Die Prüfungsvorbereitung war exzellent, aber was für mich wesentlich wichtiger ist, seit Jahren versuche ich meine Selbstdarstellung zu erarbeiten und ich habe es jetzt hier auf einem Seminar endlich geschafft, dass ich das, was ich mir seit Jahren vornehme, gemeinsam und auch vor der Kamera zu arbeiten. Ich sage danke, danke und danke an die Referenten.